Oh, ich bin ziemlich aufgeregt. Ja, ich bin's wieder, Kasia. Und ich hab euch versprochen, dass ich bei 4.677 Likes wieder ein Video mache. Und da hab ich mir heute überlegt, man kann ja immer alles besser erklären mit einem Lied. Also wenn man singt. Und da hab ich was Kleines für euch vorbereitet. Es kann auch sein, dass das vielleicht gelöscht wird, weil ich hab ja nicht die Rechte dazu. Aber dann guckt euch das einfach schnell an. Und ja, dann verpasst ihr ja nichts. Bis zum nächsten Mal. I just might have a problem that you'd understand. And we all need somebody to leave, no. Man Gänsehaut am ganzen Körper und das Herz schlägt schneller. Das bedeutet, dass ich lebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter, trinkt viel Kaffee, lacht und habt euch lieb. Ich hab euch lieb. Macht's gut. Tschüss.